Hey Leute und Willkommen zum Advents Türchen Nummer 8 Und ja wie immer gehen wir jetzt mal rein sind gespannt was ist heute so wieder Oder was uns heute sozusagen eher erwartet Willkommen in der TNT Run Wartelobby es gibt ein Secret Oh lol Türchen Nummer 12 Ach das soll Türchen Nummer 12 Ah vielleicht besteht das aus zwei verschiedenen Türchen Warte mal Jump and Run Türchen Nummer 16 Jump and Run in der Wartelobby Ach so das soll jetzt wahrscheinlich Hä aber wir sind gerade in Türchen Nummer 8 reingegangen Was hier vorne ist jetzt Türchen Nummer 8 Willkommen in der TNT Wartelobby es gibt ein Secret Sollen wir jetzt das Secret suchen Oh lol Ist das hier ein TNT Run Äh Wollte ich jetzt mal ein Factor drauf Du gehörst hier nicht hin Diaper Okay So ein Secret ist hier Ich weiß nicht ob wir jetzt das Secret suchen sollen Oder was anderes Oh mein Gott als ob ich das schon gefunden habe Lol wenn es jetzt das Secret ist als ob Türchen Nummer 8 hier Lol als ob ich das schon gefunden habe Die Lava sieht verdächtig aus Ähm Okay soll das ein Vulkan sein oder Ich guck mal kurz Lol als ob wir es schon gefunden haben Ähm Okay soll man jetzt reingehen Nein soll man glaube ich nicht oder Oh man kann hier durchfallen Ähm Warte mal Lass mal hier durchfallen Ich weiß nicht Entweder verbrennen wir jetzt Oh ne Lol Map by MC Mindfake Secret Nummer 1 Ah da gehöre ich doch hin Na Leute So gehört sich's doch Ähm So Knopf hier aber nochmal So aber nice gemacht Lol Okay wir gehen mal zum Knopf Ich denke es ist auch zu Ende Yes Aber jetzt hast du ein Schmal Leute sind wir vor Türchen Nummer 13 Ich glaube es war so nicht gewollt Auf jeden Fall sehr sehr nice Ähm Dann sehen wir uns morgen zum Türchen Nummer 9 Und dann wissen wir jetzt schon mal für die beiden nächsten Also 12 und 16 was glaube ich Was uns da erwartet Also jetzt weiß ich schon dass uns eine Lobby erwartet Das ist nice Auf jeden Fall sehen wir uns dann morgen beim Advent Türchen Nummer 9 Haut rein Bis zum nächsten Mal